Die Nukleinsäuren sind hochmolekulare organische Verbindungen. Sie kommen in allen Zellkernen von lebenden Organismen vor. Nach ihrer chemischen Struktur bestehen Nukleinsäuren aus einer Kette mit vielen Nukleotinen. Die Aufgabe der Nukleinsäure ist die genetische Information zu speichern, mit anderen ihre Art auszutauschen und an nachfolgende Generationen weiter zu vererben. Nach der chemischen Zusammensetzung unterscheidet man DNA und RNA. So besteht bei der DNA und der RNA jedes Nukleotid aus drei Komponenten. Einem Zucker, einem Phosphorsäurerest und einer stickstoffhaltigen organischen Base. Zwei Unterschiede gibt es bei den Komponenten zu beachten. So ist der Zucker bei der RNA die Ribose und bei der DNA die Desoxyribose. Der zweite Unterschied bezieht sich auf die stickstoffhaltigen organischen Basen. Die DNA hat die Basensequenz Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin. Der Unterschied besteht also darin, dass die RNA Urazil anstatt Thymin als Base besitzt. Wie die Infografik zeigt, bildet die DNA einen Doppelstrang. Die Einzelstränge sind antiparallel aneinander gelagert, wobei sich die Basen nicht beliebig aneinander binden. So bilden die Basen Adenin und Thymin und Guanin und Zytosin komplementäre Basenpaare, stehen sich also gegenüber. Sie sind verbunden durch Wasserstoffbrückenbindungen. Adenin und Guanin sind Pyrin-Basen und besitzen zwei Ringe. Thymin und Zytosin sind Pyrimidin-Basen und besitzen nur einen Ring. Aufgrund ihrer Strukturen bilden sich unterschiedlich viele Wasserstoffbrückenbindungen aus. So sind Adenin und Thymin durch zwei und Guanin und Zytosin durch drei Wasserstoffbrückenbindungen verbunden. Räumlich gesehen sind die beiden Einzelstränge strickleiterartig verdreht, sodass eine Doppelhelix entsteht. In der DNA ist durch die Aufeinanderfolge der Nukleotide die Erbinformation gespeichert. Die RNA hingegen kommt meist als Einzelstrang vor. So hat die RNA die Aufgabe, die genetischen Informationen in Proteinen umzusetzen. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. DNA und RNA sind natürliche Nukleinsäuren, die aus vielen Nukleotiden aufgebaut sind. Jedes Nukleotid besteht aus einem Zucker, einem Phosphorsäurerest und einer stickstoffhaltigen Base. Die DNA bildet einen Doppelstrang, wobei sich Adenin und Thymin und Guanin und Zytosin gegenüberstehen und antiparallele Stränge ausbilden. Die RNA ist dagegen meist ein Einzelstrang. Sie kann aber auch in kurzen Strecken einen Doppelstrang bilden. Wenn du zu diesem Thema Fragen hast, dann schreib uns. Und wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Biologie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du übersichtlich geordnet abrufen unter dem folgenden Link. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up!